So, 9.01 Uhr. Dann starten wir wieder. Herzlich willkommen zur ProYo User Group. Oktober 2023. Ich habe gerade gesehen, auf LinkedIn wurde es jetzt sogar schon angekündigt. Sehr schön. Ich habe mich diesmal ein wenig besser vorbereitet bei der Präsentation auf die Features, wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen gesprungen. Ich hoffe, dass es diesmal ein wenig flüssiger wird. In der zweiten Stunde wird diesmal der Arne über die Konjunktur bei den Planungsbüros reden wollen und euch auch so ein bisschen einbinden für einen Austausch. Und in der ersten Stunde werden wir wie gewohnt die neuen Funktionen vorstellen und mit euch diskutieren. Also meldet euch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich werde auch ein bisschen Pausen einbauen, dass ihr dann auch Rückmeldungen geben könnt. So, und jetzt starten wir schon gleich mit den verschiedenen Funktionen. Auf der letzten User Group hatten wir über die Abwesenheitsarten gesprochen. Und zwar war uns dann parallel aufgefallen, dass die Abwesenheitsart mobiles Arbeiten, in diesem Account ist es noch Homeoffice genannt, von uns initial nicht richtig eingestellt war. Da hatte Arne euch wohl eine Rundmelde geschickt an die Büros, die es betraf. Wir greifen ja nicht in euren Accounts ein, das heißt, da müsst ihr selber nochmal schauen, ob die Flags richtig gesetzt sind beim Thema mobiles Arbeiten. Auf jeden Fall ist das jetzt im Demo-Account, wo ihr täglich ja auch nochmal so einen Test-Account erstellen könnt, wenn ihr einfach mal Sachen ausprobieren wollt. Da ist das jetzt ordentlich gesetzt. So, das nochmal als Anmerkung zur letzten User Group. Benedikt, kannst du mich kurz eben abholen, was da, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Was da nicht richtig war, weil das wird bei uns genutzt und ich habe es nicht mitgekriegt und ich erinnere mich auch an keine Mail. Nee, dann wird es dich auch nicht betreffen. Wir haben irgendwann die Abwesenheit Homeoffice in mobiles Arbeiten umbenannt, aber nur für die, also wir haben nicht in bestehende Accounts eingegriffen, sondern nur irgendwann als Default es so definiert, dass wenn man einen neuen Account anlegt, es nicht mehr Homeoffice heißt, sondern mobiles Arbeiten und in dem Zuge haben wir es dann leider verpasst, das einen Fleck irgendwie richtig zu setzen beim mobiles Arbeiten. Also wenn man neu einen Account anlegt und bei euch wird es aber bestimmt ordentlich angelegt sein. Ja, ja, ich habe es angemacht. Okay, super, danke dir. Gut, so, kommen wir zu den Angeboten, eine Kleinigkeit. Hier spring mal in ein Projekt rein, wo ich mich gleich ein bisschen weiter aufhalten werde. Und zwar im Angebot kennt ihr ja bestimmt hier die PDF-Vorschau. Dort haben wir aus, ich klicke das mal an, dann sieht man nämlich hier auf der rechten Seite, wie das Angebot oder auch die Rechnung dann im PDF aussieht. Und aus Performance-Gründen haben wir das jetzt so gemacht, das steht nämlich hier oben auch in diesem Text drin, dass hier vorne nur noch das Angebot ohne Anhänge aufgeführt wird, als in diesem PDF-Teil. Und wenn man das gesamte PDF sehen möchte, dann muss man weiterhin hier oben auf diesen Button PDF gehen. Das hat einfach den Grund, es gibt gewisse Angebote oder auch Rechnungen, die Dutzende von Seiten haben können, wegen der verschiedenen Anhänge. Und da war es mit der Performance ein bisschen schwierig, das immer hier zeitgleich anzuzeigen. Und dann haben wir das erst mal so gelöst. Irgendwann werden wir das bestimmt auch noch mal richtig machen können. Aber das erst mal, nicht, dass ihr euch wundert, ist das jetzt erst mal hier gequist. So, dann auf der letzten User-Group haben wir ja die Änderungen gezeigt, die wir in dieser Maske vorgenommen haben, wenn man ein Angebot in ein Projekt übertragen möchte und das Angebot schon mit dem Projekt verknüpft ist. In diese Maske möchte ich noch mal kurz reingehen. So sieht sie jetzt aus. Die Änderungen hier, die hatten wir das letzte Mal vorgestellt. Und was wir jetzt noch hinzugenommen hatten, war auch das, was wir auf der letzten User-Group diskutiert hatten, dass man nämlich hier noch die Beschreibung der Phasen sehen soll. Wenn die Beschreibung der Phase zu lang wird, dann wird die zusammengeklappt. Und dann kann man sie hier noch mal aufklappen. Auf jeden Fall ist sie jetzt sichtbar. Und hier kann man nämlich sich auch dann entscheiden, ob der Name und die Beschreibung in den Vertrag übertragen werden soll oder nicht. Könnte ich hierzu gerade eine Rückfrage stellen? Ja. Wir hatten das jetzt mehrfach auch so gemacht, dass wir bei geänderten Angeboten, die dann nachträglich wieder übertragen und also berichtigt hatten. Und uns ist da die Angebotsstruktur ziemlich durcheinander geflogen. Und wir wissen nicht so richtig, woran das lag. Sprich, dass die Gliederung eines Angebots im dann übertragenen Vertrag eine andere war. Und augenscheinlich erst mal ziemlich beliebig. Also zum Beispiel jetzt hier 1.1 und 1.2 sind irgendwo in einer ganz anderen Leistungsgruppe gelandet, was dann ziemlich viel manuelles Sortieren bedeutete. Habt ihr da eine schnelle Antwort, woran das liegt? Ob es ein Bedienungsfehler ist? Arne, was würdest du sagen? Also eigentlich, erst mal zur Erwartungshaltung, Bedienungsfehler sollte es eigentlich nicht sein, weil es sollte ja so gebaut sein, dass es so intuitiv ist, dass man keinen Bedienungsfehler macht. Trotzdem ist es irgendwie, wenn Angebot und Projekt schon aus historischen Gründen, als wir vielleicht noch nicht ganz so gut waren, es irgendwie schlecht miteinander verknüpft war, dass jetzt Folgefehler aufkommen, das kann gut sein. Sind das denn komplett neue Angebote, neue Projekte oder sind das eher Bestandsprojekte? Bestandsprojekte und neue Zusatzangebote. Zusatzangebote mit ganz neuen Positionen oder? Ja, also es gibt einen Grundvertrag, dann gibt es einen Nachtrag dazu, Nachtragsangebot. Das Nachtragsangebot muss seitens der Auftraggeber nochmal inhaltlich überarbeitet werden. Haben wir dann überarbeitet und dann nochmal übertragen. Und bei dieser Synchronisierung des geänderten Angebots zerschießt es dann und geht dann auch in andere, alte, bestehende Leistungsgruppen rein? Also in alte, andere Leistungsgruppen, das sollte eigentlich nicht passieren. Das wäre tatsächlich dann ein Fehler auf unserer Seite. Wenn die Strukturen stark voneinander abweichen, dann ist es natürlich die Gefahr größer. Aber wenn ihr die, das ist gerade hier nochmal. Aber nochmal kurze Rückfrage an den Jan. Ist das quasi ein Nachtragsangebot mit komplett neuen Leistungen oder ist es quasi dieses, dass ihr das Hauptangebot angepasst habt? Nee, das Hauptangebot wurde nicht angefasst, sondern es wurde ein Nachtragsangebot erstellt, das ins Projekt, in den Vertrag übertragen. Ja. Und dann musste aber das Nachtragsangebot nochmal. Aber ist dieses Nachtragsangebot, habt ihr das aus dem Hauptangebot kopiert oder komplett neu angelegt? Das ist ein Zusatzangebot sozusagen. Zusatzangebot. Also, das heißt, ich lege jetzt mal hier ein Nachtragsangebot an und lege mal hier einen komplett neuen Honorarrechner an. Wir machen es jetzt aber nur ganz schnell, weil wir haben noch viele andere Features vorzustellen. So, und jetzt sagt er ja, wird alles neu angelegt. Und jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen, das zu Bestandsleistungen miteinander zu verknüpfen. So, und wenn man das jetzt ohne irgendwelche Verknüpfung vornimmt, hier überträgt, dann fragt er ja sogar noch, ob man dieses neue Angebot in eine eigene Leistungsgruppe übertragen soll. Schlägt er noch vor. Wenn man das jetzt überträgt, dann ist es eigentlich komplett separat von dem Hauptangebot. So, hier oben, das war das erste Angebot und jetzt kommt hier unten das Nachtragsangebot und das ist alles komplett separat. Genau, so stellen wir es uns natürlich auch vor. So habt ihr es auch mal gezeigt. Und da ist uns aber zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel so ein Punkt 4.11 ist uns komplett aus der 4 rausgeflogen und war dann in der 3 oder in der 2 für uns auch nicht. Also ich vermute mal, dass ihr dann in dieser Übertragungsmaske Sachen verknüpft habt. Aber das müssten wir uns dann noch mal mit euch gemeinsam anschauen. Vielleicht. Okay. Also das Relevante ist wirklich im Übertragungsbildschirm diese mittlere Zeile, die wir jetzt ja auch farblich versucht haben, noch mal besser darzustellen. Du kannst ja noch mal kurz aufrufen beim Übertragen. Die mittlere Spalte hier, die ist sozusagen sehr relevant, dass man da guckt, dass da nicht bei neuen Positionen, die ganz neu sind, da dürfen keine Verknüpfungen drin sein zu alten Positionen und umgekehrt. Also das ist sozusagen die relevante Information. Und jetzt ist es so dargestellt, wenn die gelb werden, dann zeigt das eben an, da wird eine neue Verknüpfung hergestellt. Und auf die Weise hoffen wir, dass solche Fehler seltener passieren. Aber offenbar sind wir da noch nicht ganz am Ziel, was das angeht, dass diese Maske wirklich selbsterklärend wird. Okay, alles klar. Gut. Gut, danke euch. Dann gehe ich jetzt hier mal zu den Rechnungen. Man sieht, hier ist ein Zahlplan vorhanden. Ab August. Wir können ja auch mal schauen, was in der Einsatzplanung. Hier ist eine schöne Einsatzplanung vorgenommen worden. Und demnach auch einen Zahlplan. Und jetzt haben wir es ein bisschen besser gemacht, wenn man nämlich diesen Betrag erwartet, diese 10.000 Euro. Die sind nämlich jetzt so in der Liquiditätsplanung drin. Und wenn man jetzt aus dieser erwarteten Zahlung eine Rechnung generiert, die von diesem Betrag abweicht, dann behält Projo so lange diesen Betrag noch in der Liquiditätsplanung, bis die Rechnung festgebucht ist. Das führte in der Vergangenheit ein bisschen zur Verwirrung, weil das nicht klar angezeigt war. Und jetzt zeigen wir es klar an. Ich zeige das jetzt einfach mal. Ich lege jetzt hier die Rechnung an. Die ist jetzt also ein Rechnungsentwurf über diese Höhe, 777 Euro. Und hier vorne steht aber noch, hier oben steht noch, wie viel laut Zahlungsplan ursprünglich erwartet wurde. Und normalerweise sollte das ungefähr die gleiche Größenordnung sein. Aber es gibt manchmal Abweichungen nach unten und auch wie nach oben. Und jetzt wird hier im Zahlungsplan beides angezeigt. Und so ist es dann auch in der Liquiditätsplanung. In der Liquiditätsplanung wird damit gerechnet. Es wird aber auch noch dieser Betrag angezeigt, damit man beides sieht. Sobald es dann, jetzt buche ich die mal. So, und jetzt ist es so, jetzt wird fest in der Liquiditätsplanung mit diesem Betrag gerechnet. Und der andere restliche Betrag, der wird jetzt auf die anderen Zahlungs, auf den restlichen Zahlungsplan verteilt, weil wir ja hier einen automatischen Zahlplan haben. Jetzt möchte ich noch ein anderes kurzes Feature zeigen, wo wir eine kleine Verbesserung vorgenommen haben. Und zwar, wenn eine Teilzahlung stattgefunden hat. Ich sage mal, es wurde nur 500 Euro überwiesen. Aber die Zahlungsdifferenz soll jetzt nicht in der nächsten Abschlagsrechnung... Ich überlege gerade, vielleicht müssten wir... Ich sage mal, das ist jetzt teilbezahlt. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, die Zahlung pro Leistung einzutragen. Jetzt überlege ich gerade, Arne, vermutlich sollten wir diesen Button natürlich auch zeigen. Wenn hier der Haken angehakt ist, dass Zahlungsdifferenz bei nächster Abschlagsrechnung also zu verrechnen ist. Dann müsste man... Weil wenn nicht... Ah ja, ist er auch sogar. Okay. Sehr gut. So, jetzt klicke ich hier drauf. Und jetzt hat man die Möglichkeit... Und das haben wir ja schon mal auf der letzten User Group... Nicht auf der letzten, auf einer vorherigen User Group vorgestellt, dass man hier nun sagen kann, in welcher Leistungsphase was bezahlt wurde. Und ja, und hier haben wir ein bisschen Kleinigkeiten verändert, wie zum Beispiel... Wir haben also 777 war jetzt die Auftragssumme, 500 Gründe nur gezahlt, also 500 Brutto. Und wenn man jetzt diesen Prozentsatz anpasst, dann verändert sich nämlich hier auch dieses Flag, da es also hier eine Änderung vorgenommen wurde. Und dieses Flag kann man jetzt auch manuell steuern, ja, indem man hier draufklickt. Und wenn man es hier wieder auf 100 setzt, das heißt auf den ursprünglichen Betrag, dann wird das Flag auch wieder hier entfernt. Ich glaube, das ist ein sehr seltener Fall, dass man das hier überhaupt nutzt. Und das macht vermutlich auch eher Sinn bei großen Generalplaner-Projekten, wo man auch die Subunternehmer danach abrechnen möchte oder eine Abrechnung von denen quasi akzeptieren möchte, je nachdem, wie viel der Bauherr schon für eine Leistung bezahlt hat. Ah, der Jan meldet sich. Guten Morgen zusammen. Eine Frage dazu, also ich finde es sehr schön, gehen denn dann diese, also dieser Prozentsatz, der dann gezahlt wurde, das ist ja oftmals auch eine Korrektur vom Auftraggeber im Hinblick auf den erfolgten, also sozusagen den abgerechneten Leistungsstand. Und Projo sagt ja, bei der nächsten Rechnung dann irgendwie von, also letzter Leistungsstand war 50 Prozent, neuer Leistungsstand ist 75 Prozent, wird dann der alte Leistungsstand sofort, also quasi gemäß der letzten Prüfung übernommen? Oh, gute Frage. Also es wird nicht nach dieser Prüfung übernommen, sondern es wird nach der letzten Rechnung übernommen. Und wir können das aber gerne diskutieren, wie es sein sollte. Also weil ich, wenn ich das, also das ist auch ein bisschen kosmetisch, weil wichtig ist ja nur, wie viel, also tatsächlich wichtig ist ja nur, wie viel Prozent, wenn der nächsten Rechnung dann pro Leistungs- oder Teilleistung in Rechnung gestellt werden. Wenn Projo aber eine Angabe macht, also ich sage mal, ich habe 70 abgerechnet, der Auftraggeber hat 60 bezahlt und ich komme, also ich komme von 50, gebe 70 an, Auftraggeber bezahlt 60 und dann würde ich in der nächsten Rechnung ja nicht von 70 kommen wollen, sondern von 60. Veränderter Leistungsstand. Also das ist aber so, das ist so kosmetisch, weil das ist eine Info, die oftmals gar nicht so wichtig ist für den AG. Könnten wir überlegen, ne, Anna? Ja, wobei also aktuell in der Abschlagsrechnung würde sich dann auch der Rechnungsbetrag, der aktuell gefordert wird, verändern, weil ich habe ja in der letzten Rechnung trotzdem eine Rechnung über 70 Prozent gestellt und wenn ich dann jetzt von 60 auf 75 abrechnen würde, statt von 70 auf 75 würden wir... Ja, eigentlich soll das kein Unterschied... Ja, wir bilden ja hinterher die Differenz. Der Front ist rein informativ. Es ist informativ, das stimmt, ja. Könnte man also anpassen, allerdings natürlich nur, wenn hier tatsächlich was eingetragen ist. Häufig genug ist ja nichts eingetragen. Sonst ist es der alte, das ist ja logisch. Gut. Ich kann es ja mal hier aufschreiben. Alles klar. Und dann gab es hier auch noch eine Frage von Silke. Wäre es hier nicht sinnvoll, auch einen Betrag eingeben zu können? So müsste man gegebenenfalls auch die 10 Prozent umrechnen, je nachdem. Ah ja, also einen Betrag hier an der Stelle. Statt der Prozente, ja. Wann hat das Sinn? Naja, also praktisch wäre natürlich so eine Beidesdarstellung, dass man sozusagen einen Betrag eingeben kann, dann rechnen sich die Prozente aus und umgekehrt. Dann haben wir einen ganz guten Abgleich. Beides wäre so. Ich glaube, bei den Subunternehmerrechnungen haben wir das ja. Da kann man beides eingeben, wenn man die Subunternehmerrechnungen auch pro Leistungsphase erfassen möchte. Und hier bei den Rückläufern haben wir es noch nicht. Okay. Benedikt, vielleicht müsste man einfach auch unterscheiden im Leistungsstand und der Abbrecht der gezahlten Summe. Das sind ja zwei Themen. Ja. Also, dass man sozusagen einerseits eingeben kann, was ist der gezahlte Leistungsstand oder was ist der gezahlte Betrag für die Position. Falls das abweicht. Ja, ja, klar. Bei Stundenleistung zum Beispiel, wenn du irgendwie 50 Stunden in Rechnung stellst, der Baujahr kürzt dir 20 raus, dann ergibt sich ja daraus einfach ein anderer Betrag. Aber es gibt gar keinen Leistungsstand in dem Sinne. Es gibt ja keine Prozent für den Leistungsstand. Ja, das stimmt. Also, diese Prozentangabe ist natürlich für Stundenrechnung nicht so sinnvoll. Oder jedenfalls nicht eindeutig. Okay. Anne, kannst du die beiden Punkte mitnehmen? Sorry. Ja, mache ich. Also, das eine war hier Betrag und Prozent angeben. Das andere, dass man ja hier dritte. Nochmal eine kurze Frage generell. Es gibt ja, man kann ja, wenn man das ändert, bei immer so einem Aktualisieren-Button drücken. Normalerweise kann man das vielleicht machen, dass es einen gibt für Auftragssumme und ein für die Prozente, weil wenn ich manchmal was nachpflege und drücke auf Aktualisieren, dann packt er mir immer. Also, ich habe zum Beispiel ganz alte Projekte, die pflege ich jetzt nach. Und ich möchte praktisch die Auftragssumme, ich habe die Auftragssumme nochmal angepasst, gehe auf Aktualisieren, dann übernimmt er mir immer diese, in den alten, immer den Leistungsstand von der letzten. Und nicht von der davor. Du meinst hier in der Rechnung auf Aktualisieren? Nee, schon bei, da wo ihr gerade wart, wenn ich eine Rechnung eingebe und gebe die Prozente hin, da gibt es noch so ein Aktualisieren-Button. Und da aktualisiert ja mich nicht auf... Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Also hier bei... Also du hast, gibt es eine Rechnung ein? Ja. Eine Subrechnung zum Beispiel? Eine Subunternehmerrechnung. Ach so, wir waren jetzt, das... Ja. Wir waren jetzt hier. Oder da. Aber hier haben wir kein Aktualisieren. Du meinst wahrscheinlich wirklich hier Subunternehmerrechnung, ne? Jetzt gehe ich mal hier bei den Subunternehmer rein. Ja, ist das ja auch mit dem Aufteilen so? Jetzt gebe ich mal hier eine... Genau. So, und hier hat man jetzt... Und dann sagst du ja Position, genau. Und da gibt es ja auch diese Aufteilung. Jetzt haben wir hier nicht... Jetzt muss ich das erst noch sagen. Warum hast du da oben keinen Aktualisieren-Button? Boah, an welcher Stelle... Da warst du hier, du warst schon richtig gerade eben. Ach hier, unter Vertrag, meinst du? Nee, nee, schon mal in Rechnung eingehen. Ja, so, jetzt gehe ich hier rein. Wenn du die Leistung zuordnest... So, und jetzt gehe ich hier auf Positionen, ne? Hier, da gibt es doch bei Summe, gibt es doch diesen Aktualisieren-Button. Neben Summe? Also hier oben links. Ah, hier den hier. Ja, und übernimmt der immer die letzten eingegehenen Prozente. Das finde ich irgendwie immer... Weißt du, wenn ich was nachpflege? Ich drücke da drauf, weil ich gerne möchte, dass in allen Rechnungen die geänderten Vertragssummen drin sind. Und dann übernimmt er mir aber auch immer den Leistungsstand von der letzten eingegebenen Rechnung und nicht von der davor. Das dürfte eher... Der Leistungsstand dürfte nicht angepasst... Oder man müsste halt... Also du trägst jetzt die alten Eingangsrechnungen auf Positionsebene, auf Leistungsebene, trägst du nach. Ich pflege das im Prinzip, genau. Ist das denn nötig? Ja, sonst hast du... Stimmen die Prozente hier nicht. Dann hat er hier einen falschen Leistungsstand, die Gesamtsumme stimmt da nicht. Vielleicht muss ich dann doch nochmal einen Termin machen. Ja. Weil ich hätte gedacht, diese Verteilung auf die Leistungsphasen ist jeweils nur für die letzte Eingangsrechnung relevant. Davor... Aber wenn das vorher nicht richtig gepflegt ist, hast du beim Leistungsstand eine falsche Summe drin. Und das brauche ich ja, um das abzustimmen. Den Leistungsstandbetrag. Aber gut, dann mache ich noch meinen Termin. Sorry. Ja. Und das hättest du, das hast du ja bei der anderen Rechnungseingabe auch, dass du, dass man das vielleicht auch rennt, die Aktualisierungsbutton. Dass du den einmal, ich kann die Auftragssumme aktualisieren und ich kann... Und wir haben ja jetzt stoppt diesen, diesen Button hier, wo du sagen kannst, dass der sich... Aha. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Gut. Okay. So, jetzt springen wir mal weiter. Gehen wir mal zurück hier in die Rechnungen. Hier haben wir eine teilbezahlte Rechnung. So, genau. Das hat man gehabt. So, kommen wir zur Einsatzplanung. Hier in dieser Vertragsstruktur ist der Button angehakt, zeige Subunternehmerleistung. Wir haben hier auch eine reine Subunternehmerleistung. Und wenn man jetzt in der Einsatzplanung Projekte dieses Projekt aufklappen möchte, hier, dann wird jetzt nicht mehr diese Subunternehmerleistung, diese reine Subunternehmerleistung, die wird jetzt nicht mehr aufgeführt. Übrigens kann der Wunsch ja auch von euch, oder von Sandra zumindest, dass das hier in dieser Übersicht gar nicht benötigt wird. Und ich sehe auch gerade, eigentlich macht es auch Sinn, dass man hier vielleicht die Farben der Leistungsphasen irgendwie mit anzeigt, die Leistungstext. Kann man ja mal überlegen. Ja. Das ist toll, Benedikt. Gut, das verkürzt die Bäume bei Generalplanerleistungen sehr. Ah ja, sehr gut. Und macht es Sinn, Sandra, dass man hier noch die Leistungstext anzeigt, also die Farben? Wäre hilfreich, ja. Wäre hilfreich. Okay, dann müssen wir da mal schauen. Ich freue mich aber auch schon über viel kürzere Bäume. Sehr gut. Du müsstest ja kleinere Projekte machen. Gut. So, kommen wir hier zurück zu den Projekten. Und zwar, diese Projektliste ist jetzt nicht gefiltert. Hier sieht man, es ist keine Filterung drin. Und wenn man jetzt in ein Projekt reingeht, kann man ja hier links und rechts weiterklicken, ähnlich wie bei den Mitarbeitern. Und wenn hingegen, wenn hier gefiltert ist, ich sage mal, ich filtre jetzt nur vielleicht auf die Projekte, die mehr wie einen Vertrag haben, also auf die größeren Projekte. So, dann sind das jetzt gerade mal diese und ich springe jetzt in ein Projekt rein. Dann sieht man nämlich, dass jetzt diese Navigation quasi gefiltert ist. Das war vorher, das war vorher auch schon so, dass sie gefiltert wurde, nur man sah es nicht. Und jetzt zeigen wir hier noch diesen Filterbutton an und sagen, ja, dass die Liste gefiltert ist. Und dann kann man draufklicken und dann kommt man hier halt hin. Und dann kann man hier die Filterung wieder rausnehmen, damit man halt, ja, hier durch alle Projekte durchklickt. Weil jetzt klickt man quasi nur durch die gefilterten, durch die großen. So, jetzt springe ich mal hier auf eine andere Liste. Und hier ist nämlich die Filterung auf den Projektstatus. Und der Projektstatus heißt jetzt, oder wir haben jetzt in Klammern dahinter alt geschrieben. Und da wäre es auch nochmal gut, wenn ihr jetzt euer Feedback gebt oder gleich erst, nachdem ich es erzählt habe. Unsere Idee ist nämlich, oder die Idee vom Tobias sogar, ich weiß nicht, ob er gerade hier ist, ist, dass man den Projektstatus gar nicht mehr braucht. Wenn ein Projekt verschiedene Verträge hat, dann ist ja eher der Status der verschiedenen Verträge interessant. Beim Projekt ist eher interessant, ist es aktiv oder archiviert. Aber einen konkreten Status für ein Projekt ist gar nicht nötig, sondern die Status der darunterliegenden Verträge sind eigentlich relevant. Und deswegen haben wir hier in dieser Liste beim Projektstatus alt dazu geschrieben und eine neue Spalte hinzugefügt. Und zwar heißt die hier Status der Verträge. Und ich klicke den jetzt mal nicht an, weil ihr könnt das automatisch umwandeln, indem ihr hier auf diesen Button drückt. Und was dann passiert ist, es wird diese Spalte einfach ausgeblendet und diese andere Spalte, Status der Verträge, wird eingeblendet. Und wenn ihr quasi auf diesen Status gefiltert habt, wird diese Filterung einfach in die andere Spalte übernommen. Ich klicke jetzt mal drauf. Zack, und jetzt sieht man, dass hier diese Spalte Status der Verträge jetzt aktiviert wurde und auch auf die gefiltert ist. Das ist jetzt übrigens hier auch kein gutes Beispiel. Das ist jetzt in unserem Test-Account. Hier sind leider nicht verschiedene andere Verträge drin. Vielleicht gehe ich einfach mal hier in das Projekt, was zehn Verträge hat. Alle zehn Verträge haben den Auftrag erteilt. Und ich setze mal hier einen, vielleicht den ersten Vertrag, setze ich mal auf einen anderen Status, zum Beispiel pausiert. Und wenn ich jetzt hier in diese Übersicht gehe, dann sieht man, dieses große Projekt hat neun Verträge, Auftrag erteilt und einen Vertrag pausiert. Macht das Sinn? Ist das okay, wenn wir diesen alten Projektstatus loswerden und stattdessen nur noch Status der Verträge nutzen? Ich finde es super. Ich finde es auch gut. Sehr gut. Also ich fände, ehrlich gesagt, ich spreche fast dagegen, beides zu belassen. Als Projektstatus und Status der Verträge. Oder ist das? Ja, das Problem ist, dass wir halt aktuell so eine Art Doppel-Uhr in Anführungszeichen haben. Die Status, die können sich widersprechen. Und wir sehen halt in vielen Accounts da etwas verwirrende. Also jedenfalls für uns nicht erklärliche Konstellationen, wenn wir in Support-Terminen sind. Und dann haben wir eben festgestellt, eigentlich kann ein Projekt nur aktiv oder nicht aktiv sein. Diese Spalte gibt es ja übrigens auch noch zusätzlich. Die kann man sich dazu einbinden. Wir hatten auch überlegt, das zu einer zu machen. Ja, Benedikt holst du gerade mal noch raus. Und darunter die Art der Verträge. Also wenn ich abgenommene und laufende Verträge habe, dann ist es, ja, dann, ja, und welche, die pausiert sind, dann ist das einfach ein, ja, vielleicht können wir uns noch so etwas überlegen, dass man sagt, es gibt irgendwie Status, die den Hauptstatus des Projektes definieren. Aber wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wenn ein Projekt, erst wenn es kein einziges laufendes Projekt mehr hat, dann keinen laufenden Vertrag mehr hat. Erst in dem Moment ist es eigentlich ein nicht mehr laufendes Projekt. Und bis dahin ist es eigentlich immer laufend. Von daher waren diese Zwischenstatus eigentlich doppelt gemoppelt. Ja, ich finde nur auf der obersten Ebene, im ersten Blick auf die Projekte, ist es jetzt nicht so intuitiv, weil es ein reines Ampel oder ein reines Farbsystem ist, was sich jetzt nicht jedem bei uns im Büro zumindest erschließt. Ansonsten mit der Betitelung, Auftrag erteilt, minimal, etc. arbeiten wir schon und das versteht jeder sofort. Deswegen ist meine Einwand oder meine Rückfrage eben gewesen. Aber ihr könnt jetzt ja nochmal bedenken. Da können wir aber vielleicht auch einfach die Darstellung nochmal verbessern gegenüber dem, was da ist. Das muss ich, dass da nicht jetzt nur eine gelbe Eins steht. Ja, also müssen wir das aufdenken. Okay. Gut, danke für das Feedback. Dann müssen wir tatsächlich auch mal schauen. Oder Tobias, ist der Tobias hier? Ah, Tobias, hast du eine, was hältst du von diesem Argument, dass quasi für dich passt es ja so sehr gut, aber für einen Projektleiter, der selten mal reinschaut und dann gleich sehen möchte, wo seine Projekte stehen? Also meiner Meinung nach sieht man das ja. Also das, der Projektleiter hat ja nicht, der weiß ja, dass sein Projekt läuft. Das ist ja für ihn. Oder einen Partner, einen Gelenkenüberblick zu haben, dass es irgendwie drei gibt, die irgendwie noch nicht beauftragt sind und eins, was irgendwie pausiert. Also ich finde das super. Ich glaube, es ist wirklich, wir müssen gucken, dass wir da noch, also jetzt muss man wirklich wissen, dass gelb halt laufend heißt. Dass denn der Einwand vom Jan, den finde ich, oder Auftrag erteilt, den Einwand finde ich völlig berechtigt. Klar, man kann drüber hafern, aber das ist nicht so intuitiv und schnell zu erfassen, wie pausiert oder laufend. Aber ich denke... Ja, deswegen haben wir das ja, haben wir das laufend auf grün gestellt, statt auf orange. Da sieht man alles gut. Und die kritischen sind orange und die ganz blöden sind rot bei uns. Dann ist es eine richtige Ampel. Das kann man ja selber einstellen. Von daher ist das unproblematisch, finde ich. Okay. Mal so. Guck mal, sieht doch schon viel besser aus. Das ist doch sofort klar, was gemeint ist. Ja, aber wir könnten die ja unterschiedlich breit machen, je nachdem, wie viele Verträge laufend sind, kriegt das halt nicht eine Zehn einfach in einem grünen, sondern einen breiteren Balken. Und dann sieht man visuell schon auf den ersten Blick, da ist viel laufend und nur eins pausiert. Und beim anderen sind fünf Verträge pausiert und nur... Ich glaube, man darf die auch nicht und die Leute nicht unterschätzen sich benutzen. Also man kann schon auch eine Zahl in einem Dienst lesen. Das ist schon okay. Also ich würde sagen, lass uns das doch ausprobieren. Wir können ja dann irgendwie Rückmeldungen kriegen. Es ist jetzt irgendwie eine Minute angekündigt. Und dann können ja die Leute einfach mal gucken, ob es geht. Wenn es was Besseres gibt, jemand eine gute Idee hat, dann kann man es ja nochmal angucken. Ja, genau aus dem Grund haben wir auch im Moment noch die Möglichkeit, beide Status parallel anzuzeigen. Also beide spalten. Du kannst beide nutzen erst mal. Und das wird für eine Übergangszeit auch noch so bleiben. Wir wollen uns aber natürlich später auf eine konzentrieren und nicht beide auf einmal haben. Gut, ich springe jetzt mal weiter. Danke dir, danke euch. Und zwar unter Vertragsstruktur. Ihr werdet es schon gesehen haben, diejenigen, die bei sich im Account aktiviert haben, dass man die Leistungstext verwenden möchte. Die haben schon gleich gesehen, dass hier eine neue Spalte hinzugefügt ist. Und zwar ist das Leistungstext, was die Farbe nachher in der Einsatzplanung dieser Leistung definiert. Dieses Leistungstext ist jetzt hier sichtbar und kann auch von jedem, der Zugriff auf dieses Projekt hat, geändert werden. Also wenn hier steht jetzt LP1, nehmen wir mal an, hier würde nichts stehen, weil man das Projekt nicht quasi aus dem Angebot ins Projekt übertragen hat, sondern weil man vielleicht das Projekt manuell im Projo angelegt hat oder irgendwie es migriert wurde und kein Fleck da hinzugefügt wurde, dann hat man hier, sieht man hier diesen Schraubschlüssel, kann hier draufklicken und das Fleck vergeben. Ja, und das Fleck hat halt die Möglichkeit, dass man dann später quasi alle Leistungsfasen 1 über alle Projekte für einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel auswertet oder andere Fähigkeiten. Besonders für besondere Leistungen zu empfehlen, weil die ja häufig frei definiert sind und deswegen keiner Leistungsphase automatisch zugeordnet werden können von Projo. Hilft das sehr, die einer Leistungsphase zuzuordnen, wenn man sie denn zuordnen möchte. Man kann sie natürlich auch einem Leistungstext für eine besondere Leistung zuordnen. So, dann hier sehen wir eine Aufwandsphase. Bei den Aufwandsphasen gibt es ja, da gehe ich mal kurz auf Vertrag ändern, gibt es hier die Möglichkeit, die, gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, wie sich diese Auftragssumme definiert. Ist das einfach nur geschätzt? Das hat mir ja auf der letzten User Group auch diskutiert, dass man auch immer, wenn man sie noch nicht weiß, wie viel es ungefähr wert ist, wenn es also vertraglich nicht geregelt wurde, soll man trotzdem immer was grob schätzen, weil ansonsten die Einsatzplanung auch nicht mehr hier zu der Summe passt und der Zahlplan dementsprechend auch nicht automatisch gut generiert werden kann. Also immer lieber die Projektleiter ermutigen, überhaupt was einzutragen. So, und die Änderung, die wir hier vorgenommen haben, ist, dass wenn hier geschätzt steht und es werden aber trotzdem mehr Zeiten darauf gebucht, als hier geschätzt wurde, dann bleibt es jetzt quasi bei dieser Angabe. vorher war es nämlich so, dass wir dann automatisiert gewechselt haben den Modus auf wird durch Buchungen erhöht und dann wurde nämlich die Auftragssumme automatisch erhöht auf 6.000, 7.000 und so weiter. Diesen Automatismus haben wir jetzt rausgenommen. Ich habe dazu noch mal eine Frage. Das ist ja bei den, bezieht sich das auf die Fakturasätze oder auf die internen Kostensätze? Auf die Fakturasätze. Dazu haben mich auch eine Rückmeldung von unseren Projektleitern, die, eigentlich, das geht um die Einsatzplanung, dass Sie in der Einsatzplanung eigentlich beides sehen wollten, sowohl sozusagen die aufgelaufenen Kosten, was die Fakturasätze angeht, als auch die tatsächlichen internen Bürokosten. Also, quasi hier von, dass Sie irgendwo sehen. Ja. Weil da sind ja erst mal nur die Bürokosten. Aber wenn Sie gucken wollen, wie ist denn die Einsatzplanung bezogen auf die Fakturasätze, kommen Sie da an der Stelle nicht so richtig weiter. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe. Die sollen ja sozusagen nur so viel Stück verbrauchen, wie wir erst mal direkt abrechnen können. Manchmal klappt das nicht, aber erst mal ist das der Plan. Das kann man aber ganz schwer machen, wenn man das gar nicht sieht an der Stelle. Nee, da hast du recht. Wir wollen ja eh diese ganze Leistung, die ganze Einsatzplanung jetzt noch mal vom Code her neu bauen, damit die Performance deutlich besser wird, damit wir auch hier nicht mehr so einschränken müssen, hier nur Zeiträume, nur Kapazität. Das war ja der Grund, Performance war mit ein Grund. Und das heißt, das wollen wir alles noch mal neu aufsetzen. Und dann können wir auch solche, ja diesen Hinweis zum Beispiel mit aufnehmen. Und es gibt, glaube ich, einige Candy-Punkte aktuell zum Thema Einsatzplanung. Gut, danke. So, Projektcontrolling. Gibt es ja hier dieses bisher. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz in den Demo-Account wechseln. Wo ist mein Demo-Account hier? Und zwar zum Projektcontrolling. Wir hatten schon mal angekündigt, dass wir quasi an einem neuen Projektcontrolling arbeiten, was auch dann auf Vertragsebene und auch auf Leistungsebene funktionieren soll. Und wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir wollen es quasi testweise schon mal euch zeigen. Und das müsst ihr aber selber erst mal aktivieren. Und zwar unter hier meine Einstellungen könnt ihr es quasi für euren User, also nicht für das ganze Büro, sondern für euren User hier unter Bürobereich nutze Controlling neu. Das ist vielleicht nicht der beste Begriff, aber das könnt ihr aktivieren. Hier steht auch nochmal, wenn aktiviert, kann zusätzlich das neue Controlling verwendet werden. Es existiert auf Projektvertrags- und auch auf Leistungsebene. So, und das zeige ich mal kurz. Das wollte ich gar nicht da zeigen, sondern ich wollte es hier zeigen. Entschuldigung. Jetzt springe ich hier nochmal auf meine Einstellung und gehe jetzt mal hier in ein Projekt, wo wir ein bisschen, ja, vielleicht gehen wir wieder hier rein. So, und jetzt gibt es hier neben dem normalen Projektcontrolling auch noch das Controlling neu. Wir haben es halt erst mal nur Controlling genannt, weil es ja nicht nur für das Projekt gilt, sondern auch auf Leistungsebene, auf Vertragsebene. Und ja, und es ist quasi ähnlich aufgebaut. Es hat hier wieder die Kurve. In diesem Beispielprojekt sieht es nicht so gut aus. Und hier hat es wieder diese Tabelle. Das sind noch Punkte, die sehen nur Arne und ich, weil es noch in der Entwicklung ist. Ja, und man hat die Möglichkeit, hier einen Leistungstag zu wählen oder auch eine Leistung. Und wenn man hier eine Leistung wählt, dann kann man das Controlling auch auf Leistungsebene machen. Aktuell nur in den Dimensionen Kosten und Umsatz nach Leistungsstand und die Subunternehmerzahlungen. Da können wir perspektivisch auch noch mit einnehmen, reinnehmen, was für diese Leistung an Rechnung gestellt wurde und was für diese Leistung an Zahlung gestellt wurde. So, das ist, das geht also auf Leistungsebene und es geht auch auf Leistungstech-Ebene. So, und es geht auch auf Vertragsebene. Leider habe ich jetzt hier schon mal, hier haben wir ein Projekt mit verschiedenen Projekten. Wenn ich also hier draufgehe, dann ist das jetzt auf Projektebene. und wenn ich ein Vertrag auswähle, bleibe ich quasi in diesem Reiter Controlling. Zack. Und dann sieht man, dass hier unten auf dieser Vertragsebene dieser Reiter Controlling auch geöffnet wird. Und jetzt bezieht sich hier dieses Controlling auf die Vertragsebene. Und auch hier kann man noch weiter Drilldown machen auf die verschiedenen Leistungen. Ja, wir werden weiter daran arbeiten, aber ihr könnt es schon mal testweise nutzen. So, 9.48 Uhr. Ich springe mal nochmal weiter, weil es gibt noch einige Sachen. Und zwar, das letzte Mal hatten wir ja auch hier kurz über die eingefrorenen Projektergebnisse geredet. Die werden nur dann angezeigt, wenn man seine Projekte durchplant. Das müsst ihr auch in den Einstellungen aktivieren, wenn ihr also alle eure Projekte in der Einsatzplanung durchplant. Erst dann macht es Sinn, ja, diese Projektergebnisse einzufrieren und erst dann wird es angezeigt. Und das letzte Mal wurde gesagt, wenn man hier einen Kommentar hinterlegt, ja, ich gebe mal hier einen Kommentar ein, dann soll das hier in einem anderen Symbol angezeigt werden, also statt dem I. Jetzt haben wir hier ein anderes Symbol für C, für Kommentar. Comment ist vielleicht nicht das beste Symbol, aber man sieht es jetzt hier. Und es wird ja auch einmal pro Monat dann eine Benachrichtigung verschickt für die Projekte, die sich stark verändert haben, prozentual zum Vormonat. Und auch da haben wir den Text angepasst. Das wurde, glaube ich, auch auf der letzten Usergruppe redet, also weil es gibt ja starke Veränderungen in beide Richtungen, positiv wie negativ. Und das haben wir verbessert. So, springe ich nochmal weiter bei den Auswertungsteilfertigen Leistungen. Hier haben wir hinzugefügt in der Variante, wenn man hier sagt, zeige mir Zahlung, Kosten pro Jahr, zeige mir alle Spalten, dann werden hier auch noch die gebuchten Stunden pro Jahr und Projekt angezeigt, dass jeder Steuerberater quasi rechnet ja die teilfertigen Leistungen ein bisschen anders ab. Deswegen müssen wir im Proio so ein bisschen die gesamte Bandbreite abbilden, die quasi eure Büros benötigen, eure Steuerberater quasi euch so empfehlen. Und da kam der Hinweis quasi von einem Büro, dass die nochmal die gebuchten Stunden pro Jahr sehen wollten. Und die sind also hier sichtbar und halt auch herunterladbar. Dafür muss man aber, wenn man das nutzen möchte, muss man diesen Report nochmal neu generieren. Also für bestehende Reports ist es noch nicht hinzugefügt. So, ah, Monitor, heb die Hand. Ja, das ist die Kirsten, hallo. Kirsten, hallo. Hallo. Ganz kurze Frage, die gebuchten Stunden und daneben die Direktkosten, sind die Direktkosten die Kosten, die zu den gebuchten Stunden gehören? Genau, so sollte es sein. Irgendwo müsste auch noch stehen, wie wir es eigentlich mit den Stunden machen, die auf nicht faktorierbare Leistungen gebucht sind. Ich vermute, dass die hier dazu trotzdem dazu gerechnet werden und hier auch. Anne, so sollte es sein. Die Suchunternehmerkosten, meinst du? Nee, Entschuldigung, wenn man zum Beispiel eine Phase hat, Akquiseleistung und die nicht faktorierbar ist, man hat dort Stunden drauf gebucht, da meine ich, dass die Stunden hier trotzdem mit einfließen. Mit einfließen, ja. Müsste ich jetzt auch ausprobieren, länger her, dass wir es gebaut haben. Ja, okay. Ja, das wäre cool, ihr würdet es nochmal ausprobieren. Und die Gemeinkosten, die daneben stehen, sind halt eben die Gemeinkosten, die sozusagen allen Projekten zugeordnet werden. Also die auf anderer Ebene entstehen, die Gemeinkosten. Der Anteil, der den entsprechend gebuchten Stunden hier drin enthalten ist. Genau. Gibt es auch noch eine Frage von Birte, sehe ich gerade. Wir hatten das jetzt gerade zum Jahresabschluss, ob es noch eine Möglichkeit gäbe, eine zweite Variante anzulegen, weil wir haben folgendes überlegt. Du siehst ja einmal, das was angezahlt ist, also das ist ja wirklich auch schon erbracht und dann ergibt sich ja hinten die gesamten Kosten. Aber die Kosten müssen nicht Ausdruck dessen sein, was ich als Leistungsstand habe. Ich kann sagen, okay, die Kosten sind ja zwar hier bei dem HR1 zum Beispiel 73.000, entspricht aber vielleicht nicht dem Leistungsstand, also die Kosten, die Leistungsstand. Das heißt, die Kosten sind ja kein Ausdruck für den Umsatz, den ich hätte vielleicht generieren können. Es wäre schön, wenn es eine Auswertung geben könnte, wenn ich dann noch einen Bezug hätte, dass ich sage, ich setze die Kosten in Verhältnis zu meinen Leistungsständen. Ist das nicht dieses Niederstwertprinzip, wenn ich jetzt mal da draufklicke? Genau, und da wird die Kosten geht dem Leistungsstand gegenübergestellt. Ach, das gibt es. Anderes Verfahren. Supi, supi. Na, seht ihr. Gut. Vielleicht kommen wir doch irgendwann um das Ende der verschiedenen Möglichkeiten, das zu ermitteln. Aber ich kann das noch an weiter Weg. Okay, super. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte und nur noch sechs Minuten und zwar unter Liquidität. Tobias, das war auch wieder ein Wunsch von dir, dass man hier in der Übersicht der Liquidität eine neue Zeile hat mit Gewinnverlust, wo man quasi einfach das Saldo sieht von Liquiditätszugang zu Liquiditätsabgang. Also, was sich hier verändert hat. Ja, es ist halt nicht klassisch, der Gewinn und Verlust, sondern es ist ja einfach nur quasi der Zahlungsfluss, der einmal negativ, einmal positiv sein kann. Und das wird hier jetzt grafisch dargestellt. Also, wird jetzt rot oder grün dargestellt. Und dann gibt es eine Jahreszusammenrechnung. Genau, und die Jahreszusammenrechnung, genau. Ja, ja. Die können wir auch noch mal vielleicht, jetzt ist sie in zwei graue Balken geklemmt, vielleicht kann man die noch mal noch mal besonders hervorheben. oder... Ja, genau. So, und die letzte Sache unter Kosten, Gemeinkosten analysieren. Diese Seite wurde jetzt komplett überarbeitet, auch wenn sie quasi gleich aussieht. Aber sie wurde jetzt noch mal komplett überarbeitet, dass man nämlich hier die Möglichkeit hat, komplett frei, den Zeitraum zu wählen. Jetzt ist hier in diesem Beispiel eingestellt, zeigt mir alles das ganze Jahr für das... Also, das ganze Jahr 2023 an. Aber man könnte jetzt auch hier krumme Zeiträume auswählen. Ich sage mal 22 bis Ende 23, also über zwei Jahre. Und... Ja, ich springe mal hier. Oder auf das Jahr 2022. Man kann auch hier durch die Jahre durchklicken. Und jetzt steht hier, Drilldown nur möglich, wenn Zeitraum nur einen Monat umfasst. Ja, also wenn man wissen möchte, was sind das eigentlich hier für Zahlen? Dafür springe ich jetzt doch mal in diesen Demo-Account. Und zwar hier. Kann man Kosten analysieren. So, jetzt bin ich hier im Jahr 2023. Und jetzt möchte ich wissen, was eigentlich diese Zahlen hier bedeuten. Stimmen die eigentlich? Sind meine Zahlen richtig eingegeben? Rechnet Projoda richtig? Dann kann man diesen Drilldown halt nur machen, wenn man in einen Zeitraum reingeht. Ich springe mal hier in den Januar. Und jetzt... Vorher gab es hier verschiedene Reiter noch. Und jetzt ist quasi... Statt der Reiter hier eine Lupe zu finden, wenn man also die Projektkosten analysieren möchte, vom Januar 2023, klickt man hier drauf. Und ja, dann sieht man hier wieder diese vier Reiter, die es auch schon vorher gab. Jetzt ist man quasi in einem Drilldown drin, im Januar 2023. Kann hier natürlich auch noch weiter das reinklicken, wenn man wissen möchte, hier, wie kommen diese Zahlen zustande? Kann man hier auch wieder draufklicken. und so weiter. So, jetzt mache ich mal Drilldown beenden. Und hier kann man auch weiter draufklicken. So. Und dieser Button übernehmen, der erscheint auch nur, also der ist ja dafür da, wenn Projo quasi einen Gemeinkostenaufschlag berechnet, zum Beispiel 30 Euro ist er aktuell eingetragen, aber Projo schlägt vor, es sollten eigentlich 17 Euro sein, dann erscheint hier dieser Button, wenn das quasi abweicht, dass diese 17 jetzt übernommen werden und der erscheint nur dann, wenn quasi dieser Auswertungszeitraum deckungsgleich ist mit der Gemeinkostenperiode, die man hier definiert hat. Hier kann man ja sagen, von wann bis wann quasi so ein Gemeinkostenaufschlag gilt, ob der jährlich, typischerweise, ja, ist es bei euch so eingestellt oder beziehungsweise wir machen es aktuell so, dass mit jedem neuen Jahr so ein neuer Gemeinkostenaufschlag oder so eine neue Periode angelegt wird, einfach mit dem gleichen Betrag und ihr könnt dann aber hier die Gemeinkostenaufschläge verändern, also nicht nur die Zahlen, die Beträge, sondern auch die Zeiträume. Wenn ihr also unterjährig feststellt, dass quasi Gemeinkosten nochmal stark zugenommen haben, weil ihr höhere Mieten habt oder Inflationen, die Gehälter hochgetrieben hat, dann könnt ihr auch unterjährig hier Gemeinkostenaufschlag hochsetzen, also hier neuen Zeitraum anlegen und erst dann, wenn ja ihr hier unter Gemeinkostenanalysieren einen Zeitraum auswertet, der quasi mit so einem angelegten Zeitraum übereinstimmt, dann erscheint hier diesen Button, dass ihr das quasi übertragen könnt. So, Punkt 10 Uhr. Gibt es Fragen dazu? Also ich habe es nicht verstanden so richtig, aber egal. Das Thema ist was, man braucht eine Jahresauswertung, auch wenn man unterjährig sozusagen die Gemeinkosten ändert. Das ist sozusagen das Ziel. Ob das jetzt damit geht, weiß ich nicht, aber das sollte damit gehen. Also ich sage jetzt mal hier, ich werte jetzt einfach mal die erste Jahreshälfte aus und das ist jetzt damit möglich. Dann steht hier erste Jahreshälfte würde so und so viel Gemeinkosten eigentlich diesen Gemeinkostenaufschlag benötigen. Und es geht auch genau andersrum, Tobias, das war ja glaube ich deine Frage. Wenn du jetzt nur ein halbes Jahr einen Gemeinkostenzeitraum hast, kannst du jetzt trotzdem über das ganze Jahr auswerten, zusätzlich. Das war die Frage. Ja. Geht in beide Richtungen jetzt. Ist von der Bedienung dadurch jetzt nicht unbedingt einfacher geworden, vermute ich. Ich fürchte, die Fragen kommen dann, aber dann müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Müssen wir ein bisschen nachjustieren, ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir fünf Minuten Pause bis 10.07 Uhr und dann ist Arne mit der Baukonjunktur dran und eurer Situation. Bis gleich. 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 Wie, Rückblick User Group September 2022. Warum geht ihr ein Jahr zurück? Da wirst du gleich merken. Nein, Hintergrund ist, dass wir das Thema, was wir heute haben, Konjunktur der Planungsbüros, tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr noch mal hatten und das war deshalb ganz lustig, weil im September ich angesprochen wurde von Ojo Kunden, ob man dazu nicht mal was machen könnte und da habe ich gesagt, ich glaube sogar Benedikt hat gesagt, das hatten wir doch gerade vor ein paar Monaten und dann haben wir nachgeschaut, tatsächlich war es genau ein Jahr vorher und ja, ich habe mir das tatsächlich deshalb noch mal angehört, was wir damals dazu diskutiert hatten und ja. Ah ja. Interessant. Können wir uns noch mal kurz anschauen und mal gucken, wie wir, ob wir richtig lagen. Deswegen ist es drin. Genau. Alles gut. Aber bei einem ersten Moment denkt man nur so, hä? Ja, Glück. Nehmen wir jetzt einfach mal so random, gucken wir uns noch mal User Groups von damals an. Genau. Ne, das war genau das Thema. Na ja, womit wir auch so allmählich zurückkommen. Ich kann jetzt nicht erkennen, wer schon alles wieder am Platz ist, aber ich fange wie gewohnt einfach wieder an zu reden. Dann hört mich auch der eine oder die andere und dann können wir mit dem zweiten Teil starten. Ja, das aktuelle Thema diesmal ist die Konjunktur der Planungsbüros in Deutschland. Warum? Aus zwei Gründen. Der ganz konkrete Grund ist, dass wir von einzelnen Kunden angesprochen worden sind auf das Thema und ob man das nicht in der User Group mal besprechen könnte. Ich sagte es gerade zu Vanessa eben schon. Die fragte, warum gibt es denn hier eine Rückschau auf die User Group 2022, September, wie hier in der Ankündigung steht. Das hat ganz einfach den Grund, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr das Thema Auswirkungen der Baukostensteigerung in der Bauwirtschaft auf die Konjunktur von Planungsbüros schon einmal diskutiert hatten. Und wir fanden das ganz interessant, da nochmal zu schauen, was haben wir damals für Ergebnisse gehabt. Und ja, das soll auch ein bisschen der Einstieg sein, verbunden mit einem kleinen Knowledge Shot. Ich habe mal die aktuellen Umfragen und Konjunkturanalysen für euch zusammengestellt, die vielleicht für uns, für euch relevant sind an der Stelle. Und dann wollen wir uns im zweiten Teil auch noch dazu austauschen, untereinander in kleinen Breakout Sessions, sodass man da hoffentlich eben auch offen miteinander sprechen kann. Das ist ja das, was wir hier auch mit der User Group intendieren wollen. Nicht nur, dass wir euch etwas erzählen können, sondern dass wir insbesondere auch untereinander ins Gespräch kommen. Ja, wie gesagt, wir hatten diese Frage zur Baukonjunktur vor gut einem Jahr in der User Group infolge der Baukostensteigerung damals und die Frage Baupreise im Sommer 2022, was bedeutet das für Planungsbüros? Und ich kann da noch mal kurz draufdrücken. In unserem Teil ging es jetzt weniger um die Fragen, wie stelle ich jetzt Kostenberechnungen auf, sondern die Fragen bewegten sich eher in die Richtung, was bedeutet das eigentlich für die Planungsbürokonjunktur? Wir kommen ja jetzt aus einer sehr verwöhnten Zeit. Genau, das war damals meine Anmoderation. Interessanterweise ging tatsächlich die Diskussion im Folgenden relativ viel auch darum, praktisch, wie führt man in dieser Zeit jetzt Baukostenberechnungen durch, wie kann man sich vertraglich absichern gegenüber seinen AuftraggeberInnen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch die Frage beleuchtet, wie sich das auf unsere Eigenkonjunktur auswirkt, dass eben die Baupreise steigen. Jetzt macht er das immer wieder so. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und zwar zur aktuellen IFO-Konjunkturumfrage für Architektur und Ingenieurbüros. Die ist jetzt im September erschienen und ich habe hier mal die Nulllinie nochmal nachgezogen, damit man sehen kann, wie sich diese Lage entwickelt hat. man sieht hier das Geschäftsklima, das ist die rote Kurve, das ist letztlich ein Durchschnitt aus der Beurteilung der Büros der aktuellen eigenen Geschäftslage und der Beurteilung der Aussicht. Interessanterweise und dazwischen befindet sich das sogenannte Geschäftsklima. Man kann jetzt hier erkennen, dass das Geschäftsklima zu Beginn der Corona-Krise im ersten Lockdown total runterging. Also da waren die Erwartungen ganz fürchterlich. Dann haben wir alle festgestellt, ach so schlimm ist das für uns gar nicht und die Erwartungen gingen im Bereich der Nulllinie, während das Geschäftsklima, also die aktuelle Geschäftslage tatsächlich sehr viel besser war. Jetzt hat sich das wieder etwas nach unten bewegt, einmal infolge der Preissteigerung, das war sozusagen ziemlich genau vor einem Jahr, als wir darüber diskutiert haben und jetzt sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt angelangt, diesmal aus etwas anderen Gründen, das sehen wir gleich noch. Es gibt nicht nur vom IFO-Institut eine Umfrage, sondern auch von der Bundesarchitektenkammer, der ein oder die andere wird es vielleicht schon gelesen haben oder auch selber daran teilgenommen haben. Die Umfrage war in der Zeit von Mai bis Juni, eine aktuellere hat die Architektenkammer noch nicht durchgeführt und auch noch nicht veröffentlicht. Zu dieser Umfrage gibt es eine Vorveröffentlichung, kann man unter DAB online natürlich auch im Detail noch einmal nachlesen. Demnach ist die Geschäftslage im zweiten Quartal für die Büros recht stabil noch. Die zukünftigen Geschäftserwartungen haben sich gegenüber der letzten Umfrage, die im Januar gemacht wurde, allerdings deutlich verschlechtert. Die Einschätzungen dort sind jetzt sehr verhalten, die waren damals noch etwas besser. Insgesamt betrachten aber die Architekturbüros, in dem Fall sind es jetzt tatsächlich nur Architekturbüros, weil die Umfrage vom Architekten, von der Bundesarchitektenkammer organisiert wurde, 56 Prozent als gut, 32 Prozent als befriedigen und 12 Prozent als schlecht. Es wird auch immer in diesen Umfragen nach den Herausforderungen gefragt und da kann man dann natürlich auch, weil die halbjährlich durchgeführt werden, so ein bisschen ablesen, wie sich die Herausforderungen verändern. Aktuell sind, also Stand Mai, Juni, die steigenden Baukosten immer noch als Herausforderung benannt. zurückgestellte Aufträge oder Projektpausen, verzögerte Genehmigungen durch die Bauverwaltung, fehlende Verfügbarkeit von Handwerks und ausführenden Betrieben und dadurch Verzögerungen auf der Baustelle, die dann natürlich auch zu Verzögerungen der Projekte führen und die Inflation, wobei ich hier angemerkt habe, dass ich vermute, dass damit vor allem die steigenden Bauzinsen gemeint sind, weil die steigenden Bürogemeinkosten sind natürlich auch ein Punkt, aber ich vermute, dass die Frage so gemeint war, wobei man jeder, der teilgenommen hat an der Umfrage, weiß auch, das sind Multiple Choice Fragen, die man anhaken kann, das heißt, hier werden also natürlich auch gewisse Träger schon dadurch gesetzt, da noch was abgefragt wird, also verzögerte Genehmigungen durch die Bauverwaltung zum Beispiel ist einer der Punkte, die da schon vorgegeben sind, meines Wissens nach war das auch in der letzten Umfrage so. Gegenüber der letzten Umfrage vom Januar wird jetzt seltener genannt, dass es Lieferengpässe bei Baumaterialien gibt, die steigenden Bürokosten sind auch nicht mehr so ein Thema wie noch vor einem halben Jahr und die schwankenden Preise, also das, was wir im September vor einem Jahr diskutiert haben, haben sie auch entspannt, und das heißt, diese Punkte werden jetzt nicht mehr so oft genannt als Probleme für die eigene Konjunktur. Ja, warum sind, warum verfolgen wir das Thema eigentlich, das interessiert euch ja vielleicht auch, uns, für uns hat das natürlich Auswirkungen, die Konjunktur bei unseren Kunden wirkt sich natürlich in der Regel auch in der Mitarbeiterzahl aus und für uns bedeutet das natürlich eins zu eins eine Auswirkung auch auf die Lizenzeinnahmen von bestehenden Kunden und deswegen beobachten wir diesen Punkt natürlich auch interessanterweise liegt unsere Kurve etwas über dem Durchschnitt wir haben also offenbar die Kunden die wir hier betrachten das sind ja Bestandskunden die Neukunden zählen da nicht mit rein da haben wir eine recht kontinuierliche Steigerung der Mitarbeiterzahlen über die Jahre 2021 und 2022 jetzt allerdings hat sich in den letzten Monaten ja eine Abflachung um 2,5 Prozent je Monat ergeben also sprich Entlassungen oder jedenfalls Verringerung der Mitarbeitenden Zahl wir sind noch über dem Niveau von 2021 aber wir haben uns dem angenähert und das ist natürlich ein interessanter Befund und entdeckt sich den Umfrage zahlen und ja wir hatten auf der Summer Summit ja von einem Kunden von uns von Rehab die Anregung ob wir nicht viel stärker jedenfalls für die Kunden die auch zustimmen teilzunehmen unsere Daten automatisiert vielleicht auch zu analysieren und solche Informationen auch allen zur Verfügung zu stellen weil es ja auch immer interessant ist wie man sich im Gesamtumfeld schlägt aktuell machen wir diese Auswertung für uns selbst per Hand allerdings nur eben auf sehr überschaubarem Niveau und eben insbesondere bezüglich der Lizenzanzahl weil die für uns natürlich wichtig ist aber hier in solchen Daten auch unternehmens übergreifend auszuwerten könnte natürlich sehr interessant auch für alle sein mit dem Data Pool für den ich hier auch noch mal Werbung machen möchte habt ihr ja jetzt schon die Möglichkeit sofern ihr eben schon länger bei Projo dabei seid könnt ihr eure Daten anonymisiert also ausgewählte Daten anonymisiert zur Verfügung stellen sodass eben alle Kunden gemeinsam auf die Auswertungen zurückgreifen können das sind dann solche Auswertungen wie zum Beispiel Umsatz pro Mitarbeiter die man dann im Vergleich zu anderen Projo Büros sich anschauen kann ja wie gesagt das ist jetzt die Mitarbeiterzahl von Bestandskunden wo wir eben eine Abschwächung in den letzten drei vier Monaten festgestellt haben aktuell wachsen die Projo Nutzer Zahlen natürlich weiterhin was uns sehr freut das liegt aber daran dass wir eben Neukunden gewinnen und nicht daran dass unsere Bestandskunden Mitarbeiter einstellen wie das in den letzten zwei Jahren der Fall war die Beschäftigten Zahl beim IFO da sieht das sogar dramatischer aus da haben wir eine Abweichung von ungefähr 18% gegenüber dem Niveau 2021 im Vergleich dazu haben sich unsere Projo Kunden besser geschlagen das freut uns natürlich ich wage jetzt nicht die These aufzustellen dass es an der Nutzung von Projo liegt aber es sind vielleicht einfach insgesamt unsere Kunden die Büros die sich auch mehr mit der Frage der Liquiditätsplanung der Büroplanung beschäftigen und vielleicht auch einfach aus dem Grunde etwas besser darstellen als der Durchschnitt erstmal ein erfreuliches Ergebnis wie gesagt Projo Kunden sind im Schnitt noch leicht über dem Niveau oder ungefähr auf dem Niveau von 2021 was die Beschäftigten Zahl anbelangt während es hier beim IFO Institut einen erheblichen Einbruch gegenüber 2021 gibt das hat mich persönlich sehr überrascht das entsprach jetzt nicht unbedingt meiner Wahrnehmung des Arbeitsmarktes beispielsweise auch ja ich habe jetzt wie versprochen aus der letzten Diskussion zu dem Thema vom September 2022 nochmal ein paar Statements von euch in der Diskussion zusammen gefasst damals wurden als Hauptprobleme von euch genannt die Unsicherheit bei der Erstellung von Kostenermittlungen tatsächlich also ein ganz praktisches Problem dann auch damals schon dass sich abzeichnet dass Projekte teilweise wegfallen oder pausieren dass es aber sehr viele Projekt Anfragen trotzdem gibt damals so die Aussage geplant wird offenbar weiterhin ob das dann alles realisiert würde war damals auch Aussage sei man sich nicht so sicher die Einschätzung war es sei noch Geld im Markt so wörtlich das bewegt werden will dann wurde recht viel über Honorare gesprochen weil damals ja auch die Angst davor war wie wirkt sich jetzt die Inflation auf die Gehälter aus und die Frage wie sieht das aus wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe also in 2022 den ich dann 2023 2024 ausführen muss kann ich Honorarpreis Gleitklauseln durchsetzen da war das Fazit ganz schwierig es wurde festgestellt dass sich die Stundensätze für Architekten Dienstleistungen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt haben die HAI Sätze aber unverändert blieben im gleichen Zeitraum und es gab große Sorge vor Planungsmehraufwänden infolge politischer Entscheidungen zum Beispiel dass wieder eine Mehrwertsteuersenkung anstehen könnte haben wir damals diskutiert zum Glück bis heute nicht passiert und jemand hat noch vom BDA Tag 2022 berichtet dass dort wo der Tenor gewesen sein soll der Peak in den Problemen also in der Baukostensteigerung sei überschritten und man solle sich nicht so den Kopf zerbrechen Ja das war so die Zusammenfassung Letzteres stimmte leider nicht ich habe hier mal vom Statistischen Bundesamt die Baupreisentwicklung nochmal dargestellt richtig ist dass sich das zu Anfang 2023 jetzt anfängt abzuschwächen das liegt natürlich relativ klar an den gestiegenen Bauzinsen und damit und und den Baukosten also beides gemeinsam spielt eine Rolle dass einfach weniger gebaut wird und damit auch die Baukostensteigerung nicht mehr im gleichen Maße stattfinden und die Nachwirkungen diverser Krisen auch inzwischen besser abschätzbar sind Ja ich habe hier zum Vergleich eben auch noch mal die Bauzinsentwicklung dargestellt in den letzten fünf Jahren da sieht man dass wir eben eine extreme niedrigpreisphase haben wissen wir ja alle die sind im Jahre 2022 22 relativ stark gestiegen dann noch mal kurz eingebrochen ich weiß nicht ob das damals der Grund war weshalb am BDA Tag diskutiert wurde dass der Peak überschritten sei und dass jetzt die Zeiten wieder besser würden aber man sieht das ist markiert ist hier das Datum unserer letzten User Group dass die Bauzinsen danach noch mal deutlich angestiegen sind und jetzt sich langsamer entwickeln aber immer noch nach oben tendieren was für uns im Umkehrschluss natürlich heißt dass gerade private Investoren eben Geld aus dem Bau Immobilienmarkt abziehen und weniger investieren können auch einfach ja die Bundesarchitektenkammer Befragung vom Mai Juni 2023 die habe ich schon zitiert da gab es auch einen Leserkommentar den ich hier noch mal wiedergeben wollte als Einstieg jetzt in eine kleine Diskussion unter uns hier benannte der Leser Adrian Reutler als Kernprobleme die steigenden Gehälter bei sinkenden Honoraren eine Angst die von euch in der letzten User Group September 2022 auch schon geäußert wurde dass jetzt vielleicht ein Kampf um jeden Auftrag einsetzen könnte sodass Honorarpreis Dumping erstmals wieder ein Problem sein könnte für euch zum Hintergrund aktuell ist es so dass Architektur und Ingenieurdienstleistungen gegenüber dem Vorjahr nach wie vor 4,6% teurer sind als vor einem Jahr das heißt da ist noch nicht erkennbar dass sich die Honorare negativ entwickeln die öffentlichen Ausschreibungsverfahren bewertet er hier als Problem wo die eine hohe Wertung bis 50% sich auf das Honorar bezieht und so auf die Weise versucht wird insbesondere besondere Leistungen ohne Vergütungen zu erhalten dass die Immobilienwirtschaft eine ganz eigene Preispolitik hinsichtlich der Vergütung der Architekten fährt und dass er davor warnt jeden Auftrag anzunehmen nur um Honorar ins Büro zu spülen dass man auf die Weise die Kapazitätsengpässe die viele Büros aktuell auch immer noch beklagen produziert und er plädiert nochmal dafür dass wir in den Kammern mehr dafür sorgen dass wir kein Price Dumping untereinander betreiben aber gut das ist der Leserkommentar jetzt interessiert mich eigentlich was wir untereinander dazu besprechen und das Ziel ist eigentlich dass wir einen lockeren Austausch untereinander hinbekommen dass ihr euch insbesondere untereinander austauschen könnt zu den eigenen Bedenken und Auswirkungen der Baukonjunktur Abschwächung die ja einfach ein Fakt ist mit der wir umgehen müssen und wie immer wollen wir kleine Gruppen machen Benedikt ich wollte dich fragen ob du wieder die Gruppen aufteilen kannst ja wir sind aktuell 23 Leute und drei Gruppen vorschlagen drei okay und dass wir in jeder Gruppe wieder einen Timekeeper haben wir nehmen uns diesmal etwas mehr Zeit weil es vielleicht ja auch ein schwierigeres Thema ist als sonst üblich und einen der am Ende Bericht erstattet wobei dazu sage ich gleich auch nochmal was wir werden insgesamt 20 Minuten miteinander sprechen und wir werden uns wie immer untereinander vorstellen mit Name Firma eigener Tätigkeit maximal eine Minute pro Person und dann können wir drei Minuten reihum sagen so insgesamt eine Viertel Stunde was wir selber zu dem Thema wahrnehmen und wie wir es einschätzen wichtig ist ein offener Austausch erwünscht die Breakout Sessions die Sendung oder die User Group bis hierher wurde aufgezeichnet wie immer die Breakout Sessions selbst werden nicht aufgezeichnet das heißt ihr könnt da untereinander wenn ihr euch jedenfalls untereinander vertraut frei reden deswegen auch etwas mehr Zeit heute und das Reporting machen wir dann pro Gruppe jeweils zwei bis fünf Minuten und beim Reporting bitte darauf achten dass dann auch keine Bürointerna weitergegeben wird weil das Reporting wäre dann wieder öffentlich ja das wollte ich vorweg schicken und jetzt bin ich gespannt was wir untereinander besprechen können und es geht in die Kleingruppen 10 47 geht zurück bis gleich alles klar bis bis gleich und David und David haben ich schiebe die mal aber warte mal achso ja ich schließe mal den Raum 3 ich finde das so David und ich ich selber irgendwo noch einschalte oder ob es besser ist wenn die ich unter sich reden da ist die Birgit drin die Mia ach ich trete vielleicht ein bisschen später bei dass die Diskussion schon im Gang ist was heißt in der Übertragung eigentlich also da kann man eine Durchsage in alle Räume machen das kann sein ich check mal ein bisschen wo meine Mails mit Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da, wollte ich nur sagen. Alles klar. Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Vielen Dank. VGV-Verfahren, dass man da sehr viel Zeit verliert und das sehr intransparent ist und dass man dann auch teilweise bei kleinen Projekten dann doch mit, dass das dann plötzlich europaweit dann ausgeschrieben ist und dass das sehr schwierig ist. Es ging viel um die Zahlungsmoral und auch um Mahnungen, also dass Kunden verspätet zahlen mehr vermehrt und dass man teilweise, was man eben vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren noch gar nicht war, bei der dritten Mahnung schon angekommen ist und dass man das eben, dass das eher eine neue Entwicklung ist und da war so ein bisschen auch die Idee, könnte man nicht Projo auch dazu verwenden, um das zum Beispiel auszuwerten, also das eine ist ja nur ein Gefühl, ob sich die Zahlungsmoral verschlechtert hat, das andere wären halt die Daten, die wir in Projo haben, entweder auch über die die, na Arne, hilf mir auf die Sprünge, die Datapool darzustellen, da könnte man das eindeutig auslesen und der Fachkräftemangel, also Personal für die späteren Leistungsphasen, für technische Planung zu bekommen, ist offenbar sehr, 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 sehr schwierig. Es gibt kaum Bewerbungen und, oder halt Bewerbungen, die halt, ja, wo halt die Qualifikation nicht ausreicht dafür und das steht ja jetzt weniger in Verbindung mit der mit der jetzigen Konjunktur, aber es werden auf jeden Fall noch Leute gesucht und die sind aber einfach im Arbeitsmarkt nicht mehr vorhanden. Gut, da es schon 11 Uhr ist, würde ich gerne zum Abschluss Fazit kommen. Ich möchte da noch ja aus dem Raum zwei noch kurz berichten, dass es da auch die Einschätzung gab, zumindest von einer Person, dass wenn wir uns in einem Jahr dazu treffen, die Einschätzung immer noch sein wird, dass die eigene Bürolage gut ist. Also da ist die Hoffnung auf jeden Fall da, dass es zwar etwas schwieriger wird, man etwas genauer planen muss und und ich fand auch sehr interessant, so etwas wie Zahlungsmoral zu analysieren und ob wir perspektivisch rojo nicht auch zur Früherkennung nutzen können von solchen Effekten, dass man sich das auch selber klarer machen kann. Ist das jetzt nur ein Gefühl und betrifft das vielleicht auch nur mich selbst? Ich denke, dazu sollte diese Runde jetzt auch dienen, sich auszutauschen mit den anderen, vielleicht auch einfach mal das Gefühl zu bekommen, ich bin nicht der Einzige, der oder die sich damit herumschlagen muss, das hilft ja manchmal schon, um die eigene Lage auch besser einschätzen zu können und froh Gemut in die Zukunft zu blicken. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Usergroup für heute. Und Benedikt, willst du noch die nächste ankündigen, wie immer? Nee, wie immer am ersten Donnerstag des Monats statt, aber mehr habe ich auch nicht da anzukündigen. Wunderbar, dann bedanken wir uns für eure Teilnahme, auch die lebhafte Diskussion im ersten Teil, fand ich sehr schön und jetzt auch im zweiten in kleinerer Runde. Ich denke, das tut gut, sich mal so auszutauschen. Bis dahin. Gut, danke dir. Tschüss, eine Restwoche. Tschüss. Danke. Ciao.